Ahaha, nicht so über den Rücken rollen, so oder so. Was los, fall doch da runter, du scheiß Schaf, Alter. Oh, jetzt hab ich wieder ein Wort gesagt, was ich nicht sagen darf. Aber es ist mir sowas von dir. Nicht egal, YouTube, natürlich, sowas würde ich doch nie machen. Das war nur, das ist mir nur grad rausgerutscht. Ach, und der schöne Sonnenuntergang beginnt wieder. Warum mach ich eigentlich nichts hier? Ich glaub, weil ich Angst habe, dass ich zu spät dann wieder zurückkomme und dass dann wieder Monster kommt. Ich hab immer so Angst vor dem Monster. So, Sandstone. Ich sag jetzt einfach mal nichts, ne? Zu Sandstone, ne? Sonst wisst ihr, was ich meine, wenn ich jetzt was sagen würde. Ich geh pennen. Ich hau mich aufs Ohr. Wieso, ich dürfte dann eigentlich schon ziemlich lange aufnehmen, weil ich jetzt schon das zweite Mal pennen gehe. Max Payne. Die Sonne ist weg. Okay, das passt jetzt mal gar nicht. Das passt eher zur Höhle. Das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Das ist schon wieder Max Payne hier. Fahrerstuhlmusik. Dü, dü. Okay, ich geh holzholen. Warum wächst denn hier nichts, Alter? Dü, 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 dü. Ich kenn meine ganze Playlist hier. Ah, das ist schon auswendig. Ich krieg dann immer fast so einen Anfall hier, ne? Kakteen nehm ich auch mal mit. Aber ich pflanze direkt wieder neue ein. Hier wird unsere kleine Kakteen-Farm, ne? Bambus! Was mach ich hier eigentlich? Warum nehm ich denn das? Ich bin so schlau. Hier ist doch Wasser. Hier kann ich das doch alles wieder anpflanzen. Da geht's nicht. Kaktus! Ich schau mich hier mal ein bisschen in der Wüste um, ne? Ach komm, da nehme ich gleich mal hier ein bisschen Sand mit. Ach ja, ich sitze gerade an meinem Entwurf für mein eigenes Text-Shop-Pack. Ja, Text-Shop-Pack. Das werdet ihr euch dann natürlich auch ziehen können. Ne? Also, wenn ihr wollt. Natürlich nur. Ja, ja! Flachland. Ich wollte hier auch Holz holen. Hab ich nicht gesagt, ich hol Holz? Ich glaub schon, ich hol Holz jetzt. Oh mein Gott, das muss ich alles mitnehmen. Was wollte ich nochmal holen? Ach so, Holz war's, ja. Ach so, ich wollte hier auch Holz holen. Oh. Okay. Bambus! Oh, ich hasse Sumpf. Das ist so hässlich. Was passiert eigentlich, wenn ich das hier abmache? Das auch? Krieg ich die dann? Oh, ich wollte die Lianen bekommen. Ich mag Lianen. Sind das Lianen oder sind das jetzt... Das ist Efeu, ich weiß nicht. Holz, Holz. Mit der Steinax macht es gleich viel mehr Spaß hier Holz holen, ne? Musst nur schauen, dass ich rechtzeitig wieder zurückkomme. Ist ja mal voll komisch hier, Alter. Überall ist Sandstone und so, ne? Oh, oh, oh. Der Sand schwebt jetzt, wenn ich einen hier wegmache. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Geile Sache. Lol. Okay. Ich sitze gerade am Kauf eines neuen PCs. Mir fehlt nur noch das Geld. Ha, 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 ha. Ha, 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 na. Okay. Äh. Kaktus. Zerplinks. Ich nehme euch alle mit, ihr schönen Setzlinge. Wie gesagt, kommentiert einfach, spielt ihr Minecraft, wenn ja, kreativ, Survival. Ich spiele eigentlich nur noch Survival. Am Anfang habe ich kreativ gespielt, aber weil ich nicht wusste, wie man sich alles craftet. Dann habe ich einfach die App gedownloadet. Das würde ich euch auch raten, wenn ihr nicht wisst. Also wenn ihr einen iPod oder iPhone oder sowas habt. Dann würde ich es euch auch raten, die App, wie heißt sie nochmal, irgendwie Minecraft Explorer oder so. Also, zu downloaden, da ist alles drin, wie man sich was craftet. Holz. Uh, Tintenfisch. Alter. Das Ende ist geile. Ich liebe Grünge... Ich liebe Flachland. Ich liebe das. Das ist wirklich toll. Ich mag das. Die Let's Playlist ist eigentlich schon ziemlich geil. Also, sie ist nicht schlecht. Mit der Schaufel, den Baum abholz. Ich muss dann aber auch eigentlich auch bald. Bald. Das heißt, halbe Stunde oder so mache ich auch eine Aufnahmepause, ne? Oder vielleicht auch schon früher. Ich weiß, es ist noch nicht. Flachland. Wie viel Uhr haben wir es? Mittag. Das schaffen wir. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um, ne? Achtung, schwer. Uh. Ja, ach so, jetzt habe ich schon eine Umfrage. Ne. Ich mache mal in jeder Aufnahme, glaube ich, jetzt immer so eine Umfrage, die dann in den Kommentaren beantworten soll. Ach, Quatsch. In den Kommentaren. Ich bin doch so schlau. Alter, ein Canyon. Schlucht. So direkt an der Oberfläche ist ja fett, alter. Ich muss noch aufpassen, dass ich nicht reinfliege. Geile Sache. Lava. Ich liebe Lava. Die ist immer so lustig. Wenn man da reinfällt, dann brennt man so gut. Dann stirbt man. Das habe ich natürlich nicht vor. Na ja. Irgendwie ist es schon eine geile Sache. Schafi, hallo Schafi. Hihi. Oh, das ist... Ich sage das immer viel zu spät. Da geht es bestimmt auch ein. Oh, im... Nein! Oh, ich dachte gerade, ich fall jetzt da tief runter und dann bin ich unten. Das ist ein Dister, alter. Ich bin mal voll von Arsch. Sorry für die Ausdrücke, aber... Das ist echt... Was ist denn das? Hä? Lol. Oh, scheiße. Ich muss gleich zurück. Ich nehme nur noch schnell die Rosis mit, ne? Für unser Haus, ne? Hallo? Rosi, Rosi, Rosi. Rosi, Rosi. Rosi, 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 Rosi. Und jetzt schnell zurück. Ich fress einen Kaktus. Hahaha. Jetzt rate ich euch nicht, einen Kaktus zu essen. Das geht nämlich auch gar nicht bei Minecraft zum Milist. Rennen. Ach du Scheiße, hier kommt die Schlucht gleich. Ich dachte, wenn ich jetzt da reinfallen würde, ist der natürlich so geil, ne? Ich fall da rein. Alles ist für den Arsch. Nein, ich möchte dich nicht für den Arsch. Aber dich. Nein, mein Schwert. Ich hab kein zweites Scheiße. Ach, ich hätte jetzt so Lust auf eine Minenerkundung. Aber nee, du. Jetzt nicht. Jetzt hab ich nicht mehr mein Schwert. Meinst du, wenn die Monster kommen? Nein, ich fall die Arschkarte. Aber ich schaff das. Ich schaff das. Springfield. Geht's an die Höhle. Oh, ich hätte jetzt so Lust, hier so reinzugehen. Und wie ist das so dunkel? Kohle. Ach komm, Kohle, nehm ich mal mit. Oh, ich schaff das.